Frau Lorenz recht herzlich begrüßen, ich darf Sie gleich um Ihre Fragen bitten. Herr Barton, erster Punkt, man kann damit absolut zufrieden sein. Nein, wir sind auch zufrieden. Ich habe schon vorher gesagt, es ist natürlich ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich sage jetzt einmal so, weil aufgrund der ersten Halbzeit, wo wir wirklich sehr, sehr gut meinen Gegner unter Kontrolle gehabt haben und sehr gut nach vorne gespielt haben, immer wieder gefährliche Konter gefahren sind und in Führung gegangen sind. Dann haben wir mit Schumacher eventuell die Chance auf ein zweites Tor gehabt, aber zweite Halbzeit ist uns das nicht mehr gelungen, was uns erste Halbzeit so stark gemacht hat, dass wir einfach den Gegner auch ein bisschen ärgern mit unseren schnellen Umschalten. Da hat einfach der Austria Wien wirklich sehr viel Druck gemacht, aber im Endeffekt muss man sagen, können beide Vereine, glaube ich, mit den Unentschieden leben. Ich denke, dass wir trotz allem, vor allem im ersten Halbzeit, die besseren Möglichkeiten gehabt haben. Ich kann mich auch keine Torsche außer heute erinnern von der Austria, muss ich wirklich sagen. Eigentlich, wenn ich an den Herbst zurückdenke, wo der Stanglbass damals aus einem Meter, glaube ich, daneben geschossen worden ist und noch so drei, vier Chancen von denen haben wir heute sehr, sehr wenig zugelassen. Gegenüber denen haben wir uns, glaube ich, doch verbessert und wir nehmen an dem Punkt natürlich sehr gerne mit. Ich glaube auch Kopfball in der zweiten Halbzeit von der Austria bei einer Standardsituation. Aber was uns einfach der Weh da hat, dass wir einfach zweite Halbzeit nicht mehr so gut die Bälle kontrollieren haben können und nach vorne spielen haben können, wo wir wirklich immer wieder gefährlich nach vorne gekommen sind. Also es war jetzt nicht so eine angelegte Taktik in der zweiten Halbzeit, ist man ja bei den Posten bei hinten drin gestanden? Nein, es war bei weitem nicht. Es hat dann die Ballsicherheit gefehlt, also wir haben sich dann einfach beim Baiserspielen irrsinnig schwer da, wir haben keine Ruhe eingebracht in das und das ist halt das, was uns dann in der zweiten Halbzeit gefehlt hat und auch einfach damit die Austria auch stark gemacht hat. Zum Jahr ist es vielleicht noch ein Wort, das schießt ausgerechnet, er ist da, wenn wir vor kurzem geredet haben, der sich jetzt extrem scheigert hat in den letzten drei, vier Verdienen sind sicher auch froh, dass… Ist ein schönes Jahr, er hat es jetzt auch verdient, muss ich sagen, also durch diese Umstellung mit ihm da links vorne, er macht das wirklich da los, wenn jetzt noch ein bisschen Ruhe, noch mehr Ruhe in sein Spiel reinkommt, wo er doch noch ein bisschen besser ein Passspiel machen könnte oder wie die eine Situation war, da zweite Halbzeit auf der linken Seite, wenn er da besser die Bälle spült, ja, ist er natürlich eine wertvolle Waffe. Also wir haben ja vorigen Freitag, die Bundesliga-Trainer haben ja vorigen Freitag diese Tagung gehabt, sie haben sich sehr gegenseitig, die zwei Herren von der Schiedsrichterkommission waren und da sind sie eh einig, auch dort passieren Fehler, also eigentlich braucht es keine Wahrheit, weil früher sind die Leute am Sonntag gesessen beim Wirtn und haben diskutiert, was gestern falsch pfiffen worden ist und bei der Situation sind wir jetzt schon wieder, aber anders gehabt, muss ich auch dazu sagen, der Spieler, der was bei der Austria in den Ausgleich gemacht hat, hätte zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr am Platz stehen dürfen. Ja, dann schaut sich einmal das Faszinien genau an und dann gibt er die zweite, würde dann gelb-rot bedeuten. Also, nein, weil uns ist am Freitag auch wieder erklärt worden oder gesagt worden, wie die Auslegung ist, ob du da angeschossen wirst oder ob die Haare, ich glaube, also jetzt, wenn ich darauf antworten muss, für mich war es kein Handspiel, weder Absicht, stelle das so und dann schießt, so, was soll ich jetzt mit den Händen machen? Also, natürlich, als Heimmannschaft springst du auf und sagst Handspiel und was ist, aber das waren weder die Hände weg, noch sonst irgendwas, also, wir können sich das ja nicht anschauen, vor allem, das ist ja, ein tausendstel Sekunden, wo du schierst und du zuckst um und was ist, und jetzt stehst du so und, wieso das jetzt? Nein, ich bin ja mit dir und es heißt ja, da mit der Hände, da habe ich keine Frage, ob man die ausgeholt haben. Ja, die waren auch nicht da oben, ich glaube nicht, dass die oben waren, oder? Nein, aber das war ja halt so, als Heimannschaft. Also, ich glaube, er hat ihm nicht angewertet, wie er da oben, sagen wir so, und damit ich das, geschmissen hat er sich nicht danach, kann man das ausschließen, dass er sich geschmissen hat danach? Nein, eben, das war auch bei der Schiedsrichter, also, in dieser Stunde, was wir da über den Wahr geredet haben, waren wirklich auch Situationen, und das ist uns erklärt, und das ist wirklich extrem, jetzt mit diesen Handspielen, ja, nein, und so weiter, und so fort, wenn ich nur vor ein paar Wochen an das zwei Szenen denke, bei WRC gegen Salzburg die Elfmeter-Entscheidungen jedes Mal zurückgenommen worden habe, obwohl da der Schiedsrichter gesagt hat, nein, Werdt. Oder Sturm Graz, oder Sturm Graz, oder Sturm Graz, ja, Sturm Graz, ja, auch in der letzten Minute, also, wie gesagt, wir sind noch immer, im Endeffekt sind wir genau dort, wo der Fußball früher angefangen hat, wir dann diskutieren über eine Entscheidung, und das macht ihn Fußball einfach so attraktiv. Stefan Ullar von Oehn, ich habe gemerkt, nach dem Spiel haben Sie sich mit Manfred Schmid sehr ausgetäuscht, war das über das Spiel, oder? Nein, wir haben gratuliert zum neuen Teamchef, nein, aber, ich meine, ja, jetzt hat er sich wieder, ich habe gesagt, du kannst das, in zehn Jahren, nein, es ist, mir immer sehr, sehr gut, als Nichtverhältnis, Verhältnis hat man mit seiner Frau, oder wie das heißt, da muss man aufpassen, aber wir sind immer sehr gut in Kontakt, also wir sind immer, immer nett mit ihm zum Plaudern, und wir sind auch so immer in Kontakt, und. Und ist es nicht ein bisschen stritt gegen Szenen? Nein, überhaupt nicht, über das einmal, ich habe nur gesagt, ich habe nur zu ihm gesagt, dass man ohne einer Torschau eins anspielt, so wie es, ich sage, man muss halt nicht, man muss aufpassen, man darf nicht immer alles ernst nehmen, ha? Ich werde halt Frau, ja, Frau. Er hat halt gemeint, wir waren nicht einmal bei einer im 16, ich sage, ich gebe dir ja recht, aber trotzdem, wir meinen es nicht viel. Oh ja, der Pinke. Ja, also, muss schon, wir müssen wieder Wahrheit bleiben. Aber nicht mehr so, eben in dem Sinn, wie es die erste Halbzeit war, schade halt. Aber wenigstens ein Lebenszeichen. Nicht wenig, so. Bitte. Wir haben unter der Woche noch einmal kurz gesprochen über das Thema Spielmüge bzw. einen Spielverlauf, der wieder in die Richtung geht, dass man in Führung geht und dass man kompakt vielleicht nicht blöde Tore kriegt. Wie wichtig ist das für den Trainer oder für die Mannschaft? Sie sagen von Lebenszeichen, dass man das als Push vielleicht jetzt auch mitnimmt für die nächsten Spiele. Das ist genau so, wie im März da wieder gehen kann. Vor allem jetzt wieder von einer sehr guten Kulisse da auswärts anzunehmen, vor allem für das, dass du vorher eh schon zweimal verloren hast. Die heutigen Spieler haben das aber eh nicht mehr so im Kopf, wie es vielleicht früher war, aber trotz allem von Spielerstattern, ja, auf die Statistik, das wird ja immer bleiben. Und darum ist es auch wichtig, wenn du heute in so einem Spiel einmal in Führung gehst, um das Selbstbewusstsein wieder einmal zu verstärken, um einfach wieder an sich zu glauben. Es geht auch im oberen Playoff und das ist einfach wichtig. Und dann brauchst du einfach dieses Spielglück auch, um, egal ob auswärts oder daheim, was mitzunehmen. Und das war heute ein bisschen auf unserer Seite. Ich denke aber, trotz allem bin ich trotzdem der Meinung, dass die Austria heute nicht solche Chancen gehabt hätte, dass sie jetzt gesagt hätten, wir hätten verdient gewonnen. Also, das glaube ich, da können wir uns einig sein. Sie haben zwar enormen Druck gemacht für in unserer Hälfte gewesen, aber es waren die Torchancen, die haben eigentlich gefehlt. Und für uns war es einfach wichtig, dass wir da trotz des Ausgleichs dann ruhig geblieben sind, ruhig in der Abwehr hinten, dass da nicht weiter Löcher passieren. Und da sind wir wirklich gut gestaunt und ich denke schon, dass wir sich diesen Punkt hier heute verdient haben. Und das ist natürlich auch jetzt für die nächsten Spiele, jetzt kommt Salzburg schon. Mir geistert eh schon das Spiel Salzburg im Kopf herum, weil für mich ist es schon wieder nach dem Spiel, ist es schon wieder vor dem Spiel, was man da für Lösungen hat gegen Salzburg. Ich weiß natürlich, in dieser Woche wird natürlich wieder kommen, wir sind der einzige Verein, der bei der RB geschlagen hat, daheim. Jetzt erwarten sie alle wieder dasselbe. Es ist auch schön für uns vor diesem Spiel gegen RB, dass wir gepunktet haben. Ich denke schon, dass wir mit dem Publikum rechnen können am Wochenende. Und es ist natürlich ein schönes Zeichen, weil wir wissen auch um die Qualität und die Stärke von Salzburg. Bitte. Wenn man schon mal abweichen, weil jetzt die Spielweise, Sie nennen es sich, das haben Sie gesagt, ein bisschen mehr nach vorne wäre natürlich schon, würde man sich wünschen. Aber ist es trotzdem so, die Orte, in der Meistergarten spüren, dass man doch sehr weit hinten stehen oder nicht so ein Tochterspielen vielleicht individuell haben oder was? Dann haben wir nicht die Woche eine Diskussion jetzt da, oder ich nicht, aber das Umfeld über diese Spielweise vom ÖFB, was gefordert wird. Oder was jetzt da gefordert wird. Jetzt muss ich immer als Trainer einmal die Frage stellen, habe ich das Material dazu? Kann ich das spielen, was gefordert wird? Ich bin ja auch bei Klagenfurt gekommen, mit einem ganz anderen Gedanken am Anfang in der zweiten Liga, wie immer das spielen will. Weil ich war immer Trainer, egal ob Ausland, auch wenn es immer belächelt worden ist, ist Ausland bei mir. Aber bei mir hat die Mannschaft immer nach vorne spielen müssen und auch vorne bleiben. Dann kommst du aber zu Klagenfurt, was eigentlich ja aufgrund, ich habe das ja lange verfolgt, die Spiele. Und ich habe immer gemerkt, bei Klagenfurt ist ein immer extremes Loch gewesen zwischen Mittelfeld und Abwehr. Oder Sturm und da war immer oft ein extremes Loch. Das hat keiner zugemacht. Auch in der zweiten Liga hast du relativ leicht Klagenfurt bespielen können, wenn du da reingekommen bist. Und das habe ich, wie ich dann gekommen bin, auch dann sehr schnell gemerkt und habe ein bisschen was umgestellt. Das heißt aber nicht, dass wir gesagt haben, wir lassen den Gegner immer kommen und dann nicht vorne. Heute nennt man das ja Pressing und weiß ich was und das moderne Fußball. Aber du musst dich auch, ist meine Meinung, auch als Trainer ein bisschen nach dem richten, was kann meine Mannschaft spielen. Also ich habe vor einiger Zeit einmal, ich glaube zwei Jahre ist das her, einen Trainer gehört, der in der dritte Liga und der heute auch bei den ÖFB, glaube ich, Ausbildner sogar ist. Und der hat gesagt, meine Mannschaft muss spielen so wie Barcelona. Also er wünscht sich, dass Dreiskirchen so spielt wie Barcelona. Da habe ich mir gedacht, ist super, wenn du den rechten Außendecker ausspielst und der hat schon Probleme mit der Balleinnahme, da wirft sie mit dem Ball. Wie soll der dann im Mittelfeldspieler aufhören? Oder war es der Mittelfeldspieler, wenn er sich löst? Also ich glaube, ein Barcelona kopieren, da brauchst du andere Spieler, ist auch schwer. Das hätte ich mir nie trauen, jetzt irgendeine Mannschaft oder versuchen, ich will so zum Spielen. Also auch bei meiner Rapidzeit, in der Meisterzeit, war mir auch nicht jedes Spiel, wo wir gesagt haben, wir dann vorne pressen. Außer gegen Austria, weil da haben wir immer gewohnt. Da haben wir gewusst, da brauchen wir nur ein bisschen pressen und gewöhnen. Egal ob da oder daheim, ein bisschen Spaß muss sein, meine Herren. Ein bisschen lustig muss ja auch sein. Nein, aber du musst ja, ich sage, man muss ja ein bisschen an die Mannschaft auch kommen, das hochpressen und spielen. Oder dass wir heute vielleicht um zehn Meter zu tief gestanden sind. Da gebe ich Ihnen recht. Also da bin ich auch nicht ganz, aber das ist dann eine Situation, wo sich Spieler dann, aha, jetzt haben wir das 1-0, jetzt wollen wir das. Das ist automatisch, das geht in die Köpfe. Und man hat ja zum Beispiel einmal bei einem Abschlag heute gesehen, die erste Halbzeit, wo wir auf einmal vor und zu stehen haben wollen, wo der Benz dann genau dem Ball, den wir besprochen haben, in der Besprechung, in der Analyse, wo er dann auf dem rechten Verteidiger langspielt. Der ist auch sogar angekommen, weil der Benz einen guten Fuß hat, immer Linker. Und die Linken haben halt einfach das bessere Gefühl. Und das haben wir halt wollen vermeiden heute. Aber dass wir natürlich dann zweite Halbzeit so tief reingekommen sind, hat mit denen einfach zu tun, dass wir nicht mehr so spielerisch lösen haben können wie erste Halbzeit. Wo wir Zweikämpfe enorm gewonnen haben im Mittelfeld. Wir haben ja bewusst die Nummer 20 anlaufen lassen mit dem Ball. Weil ich weiß, wie schwer das ist zum Lösen. Umso weiter, dass du in die Hälfte von den Gegnern kommst, umso schwer wird die Lösung. Weil der Platz dir ja fällt, der Raum fällt dir. Und dann haben sie immer wieder einen Juricin gesucht. Aber wenn du da dann drauf bist und du die Zweikämpfe gewinnst, und das war unser Ding, wo wir dann auch in der ersten Halbzeit viel besser nach vorne gekommen sind. Und das hat uns dann zweite Halbzeit auch gefällt. Und auch die Ruhe am Ball. Da war einfach die Sicherheit auch nicht mehr da. Aber es ist schon so, dass man als Trainer natürlich schon, wie soll ich sagen, offensiv, dass du schon mehr vorne an den Gegenden Stress machen kannst. Aber ich habe auch in der Liga gelernt, es hat Mannschaften gegeben, die was immer vorne pressen und sind aber dann nie in die Zweikämpfe gekommen und sind dann nie dort hingekommen, wo es dann wirklich auch gefährlich wird. Also man muss ein bisschen beobachten, was selber möglich ist. Natürlich kann man es lernen, aber da brauchst du auch den Zeitraum dazu. Man verpflichtet einen Trainer und sagt, hey du, machst du eine Spielentwicklung, ja und dann verlierst du dreimal und dann war deine Entwicklung schon wieder beendet. Das klingt man alles, wenn man lange nicht dabei ist. Ja, bis in der Früh, bis zum Trainingsbeginn ist es frei. Nur wer will. Darf ich aber nicht sagen, bei unseren Spielern, weil die wissen ich oft wirklich nicht. Wenn ich sage, heute ist Training Nachmittag, wer will, dann ist immer ein Rätselraden. Ja, bei den anderen Trainer gibt es einen Steuernplan und dann passiert sowas. Und bei uns gibt es, wer will. Dann bleibt Sicherheit zur Ausdauer. Bitte? Dann bleibt Sicherheit zur Ausdauer. Ja, ganz bestimmt. Das kann dann sein, wenn ich sage, wer kann. Wer Nachmittag kann, kommt vorbei. Nein, nein, das gehört dazu. Gibt es noch Fragen? Spaß gehört dazu. Gibt es noch? Nein. Passt. Danke. 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 Gute, Herr Schmied. Gute.